Hallo, ich bin die Sina Kotsch und ja, bin jetzt gerade in der Maske von Soko Leipzig und war auch schon in der Maske, wie man hoffentlich sehen kann. Und ja, ich werde jetzt gerade fertig gemacht für ein kleines Fotoshooting, was wir jetzt gleich haben werden, weil ich nämlich einen Internetstar spiele, namens Missy Fee. Und ja, ich ziehe mich jetzt gleich nochmal um und dann werdet ihr das sehen, wie ich dann aussehe quasi. Ja, und dann machen wir halt ein paar Fotos für ein Plakat und so, für einen Auftritt, den ich später noch haben werde. Und ja, ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich bin fertig. In voller Montur plus Schuhe plus Korsett. Und ja, alles mit einem Drum und Dran. Passt, wackelt und hat keine Luft. Ja, auf jeden Fall, ja, jetzt machen wir halt die Bilder, die Fotos. Und ja, ich bin gespannt, wie es am Ende aussieht, am Ende des Tages. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, ich bin gespannt, wie es am Ende des Tages.